und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai HD Collection wir fangen jetzt an mit dem Weltkampf aber wir machen gleich den fortgeschrittenen Modus weil ich den Anfänger-Modus schon gemacht habe so und wir nehmen Songkoku und ich weiß es und wir kennen es ist ich glaube hier schaltet man Mr.Satan frei 3 Songkoku Sansu die 7 Joi Joitaiketa okay fangen wir mal an ich will das so schnell wie möglich beenden denn ich will jetzt nur noch die Turniere machen also noch die zwei und dann noch Mr.Satan äh Story da was es da noch gibt und dann ist eigentlich Budokai fertig und dann gehen wir auf Budokai 3 eigentlich lieber und dann gehen wir mal an ich freue mich schon die ganze Zeit auf den dritten Teil so Nappa vs. Kuckoo Nappa vs. Kuckoo du lebst nicht lang du lebst nicht lang und tschüss so bleiben noch zwei Kämpfe bei dem muss man aufpassen seine Wolfshandfaust ist gar nicht so schlecht in dem Teil bei dem muss man aufpassen seine Wolfshandfaust ist gar nicht so schlecht in dem Teil das Kuckkostüm anhaben tschüss tschüss Otsuke-sama desto was ist das denn? und uuuuuhh Grelin 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 was geht Grelin 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 So, Kaleen. Kamehame. Haaaaaaah. Oh, ich dachte nicht so nah am Rand sein. Autsch. Boah, war das knapp. Nein, nein. Aufpassen. So ein kleiner Zwergel. Autsch. Alter, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, ich hasse das. Deswegen beende ich meistens den Kampf so, dass ich die rauskicke. Oh, das mache ich jetzt auch. Tschüss. Schauscher! Son Goku Seishu! Son Goku Seishu! Son Goku Seishu! Jetzt muss ich aber erst noch den kaufen. Das neue. Ich hoffe, es ist nicht zu teuer. Weltkampf fortgeschritten. 4000, das geht ja. Es kommt. Was dauert das so lange beim Speichern? Oh, Mr. Satans Legende, die haben wir jetzt auch gleich mal. Auch nicht schlecht. Musste ich die gar nicht machen, die Legende, oder was? Ich gehe jetzt also gleich mal die Trophys durch. Okay, mal schauen. Ja, fortgeschrittene machen, okay. Und dann fehlt nur noch eine versteckte Trophys. Also wir machen es jetzt mal so. Ich mache fortgeschrittenen Champion-Modus. Und dann mache ich Mr. Satans Legende mal kurz. Und dann sind wir eingeführt. So krass, Solonoi. Ja, ich bin jetzt immer noch so gut. Ich habe zwar für WGT Durchbruch, aber... Oh, bitte ganz rechts, bitte ganz rechts. Deine Mutter! Mann, kann man mir nicht einmal die Kämpfe kurz machen. Son Goku, Shishu! Son Goku, Shishu! Ja, ja, ja. Erster Kampf, gewonnen. Bleiben noch vier. Wehe ich verlieren im Finale, das ist das Allerschlimmste. Das wäre es noch, Mann. Das wäre es noch. Ja, das ist der zweite Saison. Begeta-Seite, Son Goku, Shishu! Gott, bin ich froh, wenn ich einen Boto-Kontreiz hoffen. Mit einer englischen Syncrow. Oh, scheiße, ich habe den beiden noch rausgehauen. Autsch, wie geht er? Alter. Oh ja, wie geht er? Mein Liebling, es tut mir leid. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Son Goku oder dir, muss ich mich gleich auch mit Son Goku nehmen. So, das ist der zweite Saison. Nappa ist so großartig, wenn sie so kacke ist. Ohne Haare. Wobei ich bis heute noch nicht geblickt habe, wie so Nappa war, wenn Anfang an, also bei Bardocks Geschichte, noch Haare hat. Denn eigentlich haben alle ihre, alle Saiyajins, also Vollblut-Saiyajins, ihre Haare immer gleich, ist egal, ob man sie schneidet oder nicht. Sie werden immer wieder gleich so werden, wie sie sind. Das wundert mich ein bisschen, dass man von der Klaz später hat. Also Gohan macht das Sinn, er ist ein halber Saiyajin. Also, so. Bleiben nur noch zwei Kämpfe. Nur noch Kid, Gohan. So, Gohan. Nein, verdammt. Ja, fuck. So, so Gohan. Jetzt, 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 raus. Jetzt brauche ich dich raus. Tschüss. Ach, ich liebe Ring-Out. Habt ihr schon gesehen, dass es bei den Naruto-Soms 3 das auch geben soll? Das finde ich gar nicht mal schlecht. Überhaupt, das Geile ist, dass jedes Mal, dass du dreimal rausfliegen kannst. Zweimal retten dich deine Hilfskarakter, solange du auch zwei ausgerüstet hast. Und beim dritten Mal fliegst du ganz raus. Ich finde das geil, da muss man noch taktischer durchgehen. Man kann es entweder auf Swing aussetzen am Schluss, oder man geht, oh, wenn der Maus ist hingefetzt. Oder man besiegt den Gegner. Finde ich echt gut gemacht. So, jetzt beenden wir das mal. So, was war's mit fortgeschrittenen Turnier? So, jetzt müssen wir eigentlich den Great Saiyaman kriegen. Das ist bestimmt die letzte Trophäe. Ohne man muss den Mr. Satan-Ding durchschaffen. Das war Budokan fortgeschritten. Great Saiyaman. Das ist bestimmt der Trophäe für alle Charakter. Ja. Im Prinzip sind wir jetzt mit Budokai fertig. Aber ich will euch noch mindestens einmal diese Mr. Satan-Egende zeigen. Ob ich schaffe, weiß ich nicht. Ist ein bisschen schwer. Überhaupt, dass ich nicht mehr weiß, wie man mit Mr. Satan spielt. Äh, ja, wir machen jetzt einfach mal Anfänger. Ja. 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 Gebt alles und mach sich schnell näher! Dein letzter Angriff sei der heftigste! Stutt! Gib ihnen keine Chance sich zu wehren! Stutt! Halt die Ruhe auch, wenn du umzängert bist! Stutt! Komm auch, auch wenn du vielleicht üben, üben, üben! Stutt! Ne, jetzt kommt's nicht, schade. Das Seilgebung beginnt gleich, bei dem das Schicksal der Erde bestimmt wird! Aber... Es ist Zeit! Alles klar! Alles klar! Geht los! Okay! Lass uns aus! Das ist ein Mann! Ein Mann! Alles klar! Wie wird die Welt sein? Die Kohen-Totel muss man das schießen. Oh! Oh, das ist... Er ist endlich, endlich, er ist endlich, er ist endlich, der der größte Mann in der Welt, der Weltkampion, Mr. Satan, Mr. Satan, ist er! Ja man, Mr. Satan, geh ab! mit schweb die 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 mit wem fängt es an keine ahnung mehr wird man nicht bis das auto spielt naja macht man eigentlich seine starke ist das hat als geschenk für dich fertig war gut das weiß ich nein ja ich gebe dir jetzt ein gameball glaube ich so das war der erste kopf er war schwächer als ich dachte hey ihr klatschgeber ich nehmt euch beiden auf worauf der drei augen was hat der wohl für eine brille an was der für eine brille hat naja mr satan bringt den humor in dragonboy z wieder wobei ich fand den kreis kreis So, ich schenke für dich. Ist das halt ein Special, will ich aber auch noch einmal machen. Meine Mutention, dann guck man, du hast ein Gameboy. Okay, explodiert zwar, aber trotzdem, du hast ein Gameboy. What? Zieht aber einiges ab. Hochspannung gibt's ja auch noch, okay. Ach, wisst ihr was, ich mach das im nächsten Kampf. So, jetzt kommt Grelin. So schwach, bestimmt bist du auch als Schwächling. Ich hab genug Gesundheit zum Herausforderen. Äh, eigentlich bin ich ziemlich müde. Hätte lustig gesagt, ich nenne es mit beiden auf. So, jetzt, wie war das? Nach vorne, Kick und dann schlagen wir mal. Okay, das ist ja auch ein Special. Boah, leckiger Marsch. I am the champion. Du kriegst ein Geschenk für ihn. Jeder kriegt ein Geschenk von Miro. Hihi. Schenk ihm. Hey, du, mit der Rüstung schummelst du aber. Wird gegen, wird gegen mich sowieso nichts nennen. Oro, eine harte Rüstung. Betonka. So, hallo CS16. Autsch. Hey. 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 Wie will ich auf die Eier? Mr. Satan, Special. Hey. 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 Ach, es war klar. So. Die 16 ist schon mal weg. Wie viele Gegner sind es eigentlich noch? Puh, du bist der Nächste. Ich nehme Rücksicht. Du bist ja nur ein Kind. Dann los. Oh nein. Der Misker hat meine Arme und Beine verletzt. die und die auch das meint Ich muss mich mal Trunks, muss mich halt erholen. Ja, läppig. Musst du eigentlich alles blocken? Mann. So, jetzt den Kopf noch. Au. Au, Trunks. Au, meine Fresse, Trunks, du gehst mir voll auf die Eier. Ja, ist klar. Hier noch einer Supersäutchen. Nein, Trunks. Böse Trunks, ey. Der geht so auf die Eier. Ja, ist klar. Ist klar. Ey. Alter, du gehst mir auf die Eier. Ja. Toi, jetzt... Jetzt kommt noch Überlebensmodus. Dass ich nur noch das Leben hab. Was guckst du so? Was ist das von der Frisur? Soll das cool sein? Schluck. Ich hab geblattet, jetzt tut mein Magen weh. Nur nicht schlapp machen. Wie viel Leben hab ich noch? Oh, okay. Ich hab wieder volles Leben. Necke auf. Ganz recht angewesen. Müsst du so sein? Oh, jetzt schon ab deiner Macht! Schau! Oh, nur Küch! Wow, aber irgendwie, ich hab nicht die Zeit dazu gemacht, dass... Oh, nur Küch! jetzt kommt so geht das alles okay ich nehme keine rücksicht man wird nicht so einfach champion das ist aus wie piccolo der könig des bösen oha das gebergen nein so eine scheiße alter jetzt ein geschenk der part wird wieder richtig lang aber es ist ja auch der letzte part vom drucker 1 so piccolo ist klar dass der mich immer es müsste eigentlich noch losgeworden was wer bist du ihr wollt was von mir was dann los das sind echte monster haben nicht mal einen kratzer abgekriegt 3 okay auch noch fünf stück von den ehemann um als sie wissen darf ja da waren es nur noch drei k also der junior schon kuhn und dann Wo ist er in der Flachspunk? Wo ist er in der Flachspunk? Scheiße, Junios Waaaaaah Waaaaaa ben So Es kommt für nächste I am the Champion So zittern die hier hier nochmal So voll Atrozine Yo lef, ging doch auch verdammt wieder das ist sowieso gar nicht das ist jetzt ein Blitz oder kleine Macht jetzt kommt tut echt stark hey gott ich dir kommen herr und kämpfe ich kann nicht mehr stärker als ich dachte es gab was aufgefallen wenn ich die gleiche kombination mache das war ja die lege der kombi jetzt kommt bänden wir die scheiße so ein gogol ouch i am the champion come so ein gogol nein du blinder du bist ja nur du bist ja nur ein kind gehen nach hausaufgaben ja was wo bleibt und respekt vom alter das sieht aus wie der blonde von neulich ohje das war's dann für mich ich hab nur die hälfte des lebens ja ist klar boah ich hab's grad noch getroffen ok das muss ich echt aufpassen ah wieso klappt denn das nicht ja hallo ah wie geil diese augen sind passt mir gar nicht zu der Super Saiyan 2 für so war so jetzt kommt so jetzt kommt so jetzt kommt los jetzt die spielerei ist vorbei ich besiege dich und sichere den weltfrieden los dass das reicht ich habe volles leben glaube ich nein der macht es denn die damaligen nicht was kann es auch übertreiben ja 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 das ist ja 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 Ja, wieso ist dieser Penner, der Penner eigentlich immer schneller als ich? Jetzt komm! Ich hab gewöhnlich! Ja! Ja! Ich hab dich! Die Erde wurde! Oh, was du mit seinem Geist? Die Mama? Das ist dein Geist. Ich glaube, das ist ein Schuss, ein Schuss. Das ist alles, was ich. Ich bin jetzt ein Urlaub für 100 Sekunden. Ich bin jetzt ein Urlaub für ein Urlaub. Ich bin jetzt schon ein Urlaub. Also liebe Leute, das war's mit Dragon Ball Z Budokai 1 HD Collection. Wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ich sehe euch bei meinem nächsten Projekt, nämlich bei Budokai 3. Ciao!